Luther ist für mich auf jeden Fall modern, jung, jung im Kopf, frisch und all das macht für mich auch immer eine Attraktivität aus, also irgendwie auch attraktiv. Also das hat nichts mit Optik zu tun, nichts mit damit, ob jemand überhaupt noch lebt oder nicht, aber es ist etwas Kluges, etwas Intelligentes und das ist am Ende dann auch etwas sehr Attraktives.